Disney Dreamlight Valley Genau das, was ich gesagt habe, Gameplayerin. Eine Bühne, auf der mich die Leute auf die Schultern heben und lautstark verkünden können, wie toll ich bin. Du brauchst Tropenholz, Kupfer und diese Dinger, die man Kunststoffreste nennt. Kunststoffreste. Bereite das vor, während ich die Kandidaten über den nächsten Test informiere und Einladungen zu der Verwaltung schicke. Veranstaltung. In Ordnung, ich kümmere mich als nächstes darum. Auf Wiedersehen. Ja. Stelle den Gegenstand... Oh, jetzt ist hier schon wieder was. Dabei habe ich den Bereich tatsächlich erst gemacht, als ich reingekommen bin. Die Erdbeeren können wir jetzt nochmal eben mitnehmen. Och, die auch schon wieder. Wobei das natürlich wichtig ist, weil die haben wir nämlich erst relativ zum Schluss bekommen. Und da haben wir natürlich dann dementsprechend noch nicht viel von. So, äh... Gastonische Anerkennungs... Irgendwas. Bühne war es, glaube ich. Möbel. Ach, ja, da meinte er doch das mit Plastikschrott. Ja, ja. Okay. Ähm, Kupfer habe ich auch genug da. Tropenholz habe ich auch. Gut, habe ich ja alles gut gesammelt, ne? Nur die blaue leuchtenden Blumen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen gucken, dass ich da wieder ein bisschen mehr sammle. In der Zukunft. Stelle den Gegenstand auf, um mit dem Sammeln zu beginnen. Was für ein Sammeln? Ach, Gott. Ähm, wir gehen mal hier hin. Ich weiß nicht, ob wir das danach stehen lassen dürfen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Was geht denn jetzt ab, dass wir jetzt hier so viele von diesen Stalagmiten-Dingern da... Stalagmiten, Stalagmiten, keine Ahnung haben. Ich konnte mir das nie merken. Konntet ihr euch das merken? Die einen kamen aus dem Boden, die anderen hingen von der Decke herab. Okay, das habe ich behalten. Aber den Rest, also... Ehrlich, ich konnte mir das nie merken. Selbst wenn mir das einer mal gesagt hat oder so, habe ich es direkt wieder vergessen. Ich habe es mir, glaube ich, anhand der Buchstaben gemerkt. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wegen der Reihenfolge, deswegen... So, dann wollen wir das Ganze hier ausstellen. Nein, nicht mit M. Och, jetzt komme ich ja nicht raus. Das würde zwar logisch sein wegen Möbel, aber... So, Moment, das drehen wir mal und machen das so. Zack. Ja, Bild machen. Kann ich das noch ein bisschen drehen? Ja. Ich glaube... Doch, Rapunzel guckt zumindest noch ein bisschen besser. Rapunzel guckst du auch mal mit zwei Augen oder... Nee, ich glaube nicht mehr, ne? Moment, wir stellen uns aber nicht so ganz vor Gaston. Och, jetzt gucke ich da wieder so blöd. Mann, ich möchte ein gutes Bild haben, wo ich nicht direkt vor Gaston stehe. Dein Ernst jetzt! Nein, will ich nicht. Ach, komm. Kann die seit Jut jetzt mal weggehen? Wolli, geh mir aus dem Bild. Ich will hier ein vernünftiges Bild hinkriegen. Wo ich drauf bin, wo die anderen drauf sind. Wo du nicht drauf bist. Oh Gott, ist das denn so schwer? Ah, sowas nervt mich. Man möchte ein richtig tolles Bild machen, weil ich sehe jetzt scheiße aus auf dem Bild. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber das sieht jetzt auch scheiße aus, wenn ich das jetzt hier mitfotografiere. Jetzt steht der da mittendrin. Ja, super. Ist ja jetzt noch besser. Toll. So. Mach das Auge auf, mach das Auge auf. Och, Rapunzel, mein, du kriegst es nicht hin. Naja, komm. Nehmen wir mal das. Was soll's. Steht zwar Wolli da als Fotobombe, aber... Alter. Alles gut bei euch? Mit wem kann ich jetzt reden? Gaston, bist du das jetzt? Was meinst du, wie das gelaufen ist, Gaston? Hm. Die Entscheidung wird schwierig. Sehr schwierig. Stitch hat allen erzählt, dass ich mit meiner Bosheit kämpfe oder so. Ah. Aber dass ich gut damit zurechtkomme. Oh, das ist ja niedlich. Ah. Ich brauche keinen liebenswerten Gehilfen. Ah. Zudem hat er die richtige Größe für einen gehilfen. Und er hat Interesse an Musik. Ah. Ein Bandmanager für gesellschaftliche Anlässe wäre von Vorteil. Was ist mit Olaf? Wie hat er sich geschlagen? Ah. Nun, er hat mir ein tolles Kompliment gemacht. Ah. Er informierte über mein Engagement für körperliche Fitness. Und er hat sogar über meinen Hals gesungen. Ich habe das Gefühl, dass da ein Aber kommt. Aber er hat jedem ein Kompliment gemacht. Er versteht offensichtlich nicht, dass Komplimente dazu da sind, eine Person von den anderen abzuheben. Wie sollen die anderen Leute verstehen, dass ich besser bin als sie, wenn Olaf jeden das gleiche Kompliment macht? Kastor, ich glaube, du verstehst Olaf nicht. Was zählt ist, dass er mich nicht versteht. Nun, du musst immer noch einen Gewinner auswählen. Wer wird es sein? Ich bin mir nicht sicher. Kastor hat sich über... Nee. Kastor ist sich über etwas nicht sicher. Geht es dir gut? Ich weiß, ich bin auch überrascht. Du musst mir helfen, Gameplayerin. Was denkst du? Wer wäre der bessere Gehilfe für mich? Hm, schwierige Frage. Richtig. Okay, der bessere Gehilfe für dich wäre... Ah, also Stitch könnte sich vielleicht etwas wehren, wenn er ihn schlecht behandelt. Olaf würde ihn verhimmeln und... Also anhimmeln, nicht verhimmeln. Und als Freund ansehen und so. Ach, der wird auf jeden Fall alles für ihn tun. Stitch hat so eher seinen eigenen Kopf. Ich würde mal sagen, Olaf. Gut. Ich werde ihm die gute Nachricht überbringen. Oh, Sonne. Was für ein guter Tag zum Surfen. Ja, dann geh surfen. Geh zu, wie Gaston seinen neuen Gehilfen gratuliert. Ja, mach ich. Ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Ach, wenn man dann wenigstens wirklich laufen könnte in diesem Spiel. Es sieht schon cool aus, was sie da hinten macht. Sie redet mit den Schmetterlingen. Olaf, ich habe gute Nachrichten für dich. Du hast gewonnen. Du bist mein neuer Gehilfe. Ach, wirklich? Heißt das, dass ich dich jetzt liebevoll umarmen kann? Was? Nein. Das ist nicht akzeptables Gehilfenverhalten. Bist du sicher? Ich habe nämlich gelesen, dass... Es reicht. Fang an, an deinen Komplimenten zu feilen. Ich habe sie schon viel zu lange vermisst. Na gut. Aber eines Tages wirst du mich um eine Umarmung bitten. Oh, möchtest du mir hier was unternehmen? Gratuliere, Olaf. Okay. Oh gut, du bist hier. Herzlichen Glückwunsch, Olaf. Du hast gewonnen. Ja. Ich weiß. Ich bin so aufgeregt. Ich werde versuchen, der beste Gehilfe aller Zeiten zu sein. Ich bin sicher, das wirst du. Lass dich nur nicht zu sehr von Gaston herumkommandieren. Oh, ich bin sicher. Wir werden uns gut verstehen. Und eines Tages wird er mich um eine herzliche Umarmung bitten. Äh, viel Glück dabei, schätze ich. Oh, danke. Das macht mich so glücklich. Kehre zu Gaston zurück. Hätten sie das jetzt nicht früher einblenden können? Gaston sind am schlimmsten. Ich habe doch gesehen, wie der vor mir hier gerade rumgelaufen ist. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Gaston, warte, bleib stehen. Gaston. Ich weiß, ich weiß, aber ich muss die Dinger einsammeln. Die sind wichtig. Vor allen Dingen, wenn ich diese uralten Dinger machen will. Diese Maschinen, oder wie die heißen. Dann brauche ich ja auch ganz viel von dem Zeug wieder. Warte, du musst mit mir sprechen wollen. Wie geht es dir mit deinen neuen Gehilfen, Gaston? Nun, es braucht ein bisschen Training. Aber ich mag es, wieder einen engagierten Gehilfen zu haben. Ich freue mich so für dich. Das bedeutet natürlich, dass du nicht länger eine vorübergehende Gehilfin bist. Ich weiß, es ist ärgerlich, aber wir können nicht immer alles bekommen, was wir wollen. Ich werde versuchen, es zu überleben. Du bist sehr mutig, Gameplayerin. Nun dann. Du hast eine ganze Menge Arbeit für mich geleistet. Ich nehme an, ich sollte dich dafür belohnen. Wie nett von dir. Das ist es, nicht wahr? Immerhin bist du ehrlich, denke ich. Bitte sehr, Gameplayerin. Ja, ein Bild von ihm. Nun, trotz allem, ich bin froh, dass du dich im Tal eingelebt hast. Na ja, die Leute hier sind ziemlich seltsam und schätzen mich nicht richtig. Aber ich fange an, mich zu Hause zu fühlen. Super, wenn du mich brauchst, ich bin in der Nähe. Aber vielleicht fragst du zuerst deinen Gehilfen. Danke! Ja, ich habe zu danken, Gaston, dass die Linie mit dir endlich zu Ende ist. Der war gemein, ich weiß, ich weiß, aber ich meine, wir reden hier von Gaston. Ja, wunderbar, dann können wir in der nächsten Folge mit Rapunzel weitermachen. Dann brauche ich allerdings ein bisschen Zeit dazwischen, um die noch zu leveln. Weil selbst wenn ich die Zeit dazwischen noch nutze, um sie zu leveln, werde ich nicht von Level 10 auf Level... Quatsch, von Level 7 auf Level 10 kommen. Deswegen, also es kann sein, oder es wird wahrscheinlich so sein, dass wir dann Eve noch... Oder Eva? Eve, glaube ich, heißt sie. Na ja, dass wir dann Eve noch dazwischen machen. Wobei ich mir sicher bin, dass die mal Eva gesagt hat. Aber egal. Brief an Antonio, ja. Müssten wir eigentlich auch noch machen. Wenn ich denn jetzt noch wüsste, wo das drin war. Ich werde mir noch mal kurz die Antwort raussuchen und dann kann ich euch das direkt noch mal eben zeigen. Einen Moment. So, ich habe es gefunden. Und zwar soll man ins Inventar, auf die Garderobe... Ah, ja, da war es. Und auf Begleiter. Sehr, sehr geil. Okay, dann haben wir... Oh, was ist das denn? Ein gruseliges Eichhörnchen. Wo habe ich das denn her? Das ist ja cool. Wir haben, glaube ich, das Braune hier schon gemacht. Tut mir leid, Schweinchen. Ich werde... Wie schön, dich zu sehen. Jaja, lass uns mal eben abhängen. Nee, ich brauche keine Hilfe. Ich will nur ein Bild machen. Ich werde dich gleich wieder zurückholen. Achso, wo sind der Begleiter überhaupt? Moment. Hallo? Da. Kommst du mal zu mir? Boah. Das wird ja noch was werden hier. So, speichern. Zack. Oh, jetzt habe ich es gar nicht drin. Moment. Äh, aktive Aufgabe. So, sehr schön. Dann nochmal. Inventar, Garderobe, Begleiter. Es ist, als ob man seinen Begleiter wie Klamotten wechseln kann. Okay. In dem Spiel kann man es. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, blumiges Capybara. Ein blumiges haben wir hier auch. Aber mit dem muss ich kein Bild machen. Nein, nicht abhauen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Blau gestreiftes. Dann brauchen wir noch ein grau geflecktes und ein rot-weißes. Ein grau geflecktes und ein rot-weißes. Das ist aus der Lagune. Und das sollte ab 12 Uhr da sein. Ja, wir haben bald 12, aber das kriege ich in dieser Folge auf jeden Fall nicht mehr hin. Also da muss ich dann auf jeden Fall auch nochmal zur Lagune gehen. Na gut, dann kann ich jetzt erstmal wieder meinen Begleiter hier austauschen. Ich will meinen Schweini wieder haben. Der erinnert mich nämlich immer an Schweinchen. Schweinchen, glaube ich, hieß der. Oder nur Schwein. Ich bin mir nicht sicher. Tschüss. Wir können später abhängen. So. Von Ritter Trink. Genau. So. Achso, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Weil das Ganze hat jetzt so lange gedauert, dass ich das eh in zwei Folgen unterteilen werde. Beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, schon unterteilt habe. Och, ist das jetzt euer Ernst? Immer wenn ich irgendwas gemacht habe und wieder zurückkomme, ist hier wieder irgendwas Neues, was ich wieder machen kann. Auf der einen Seite ist das gut, weil man so die Sachen natürlich besser farben kann. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen nervig, weil man möchte es natürlich nicht stehen lassen. Jetzt habe ich gerade alles abgeerntet. Kommt das Nächste. Ja, super. Och, Leute. Ich wollte das doch alles gar nicht hier in dieser Sendung machen. Also in der Folge. Noch was? Nicht, dass da wieder irgendwas hier, ne? Ach, okay. Wir gehen zu Dagobert. Ich weiß nicht, ob ihr alle das sehen wollt, aber ich habe gelesen. Es gibt Leute unter euch, die gerne sehen würden, was es alles so gibt hier. Die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Toy Story. Halbschalenstuhl. Auf Wiedersehen und bis bald. Oder hinten war noch was von Toy Story, habe ich gerade gesehen. Die Eiskö... Ach, Toilettenkorb. Ich habe gerade irgendwie an was anderes gedacht. Ich weiß auch nicht, was ist das denn schon wieder. Monster AG. Socken haufen. Ach, ja. Die echten Monster. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Monster AG war. Aber die echten Monster, in Anführungszeichen, da heißt das ja immer, dass die die Socken klauen. Das heißt, bei mir wurde das immer so gesagt, dass die Waschmaschine die Socken klaut. Was übrigens auch irgendwie richtig ist, weil ich verliere da auch hin und wieder mal Socken drin. Also ich weiß nicht, was diese Waschmaschinen alle mit den Socken machen wollen. Die können die ja nicht anziehen. Aber vielleicht sind die auch eifersüchtig. Und gerade weil sie sie nicht anziehen können, sorgen die dafür, dass die immer wieder wegkommen. Ich habe keine Ahnung. Also meine ist anscheinend sehr eifersüchtig. Weil meine hat schon mal öfter Socken verschluckt. Aber immer nur einzelne. Also ich habe noch nie gehabt, dass ein paar Socken weggekommen ist. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja. Also wenn man die Ringe so anzieht, wie das da jetzt gerade drin war, dann sieht das immer irgendwie... Diese Schuhe. Oh, ich bin am Fliegen, sehe ich gerade. Ich bin ganz ehrlich, die Schuhe in Disney Dreamlight Valley sind mega hässlich. Diese Stiefel oder auch andere Stiefel, die sehen noch ganz cool aus. Aber ich habe mir mal Schuhe angezogen, verschiedene. Und ich bin ganz ehrlich, es sah absolut scheiße aus. Die Schuhe, äh, die Füße wirkten da drin wie so ein Haufen, ja, Fleisch, so ein Klumpen einfach nur. Das ist cool, das ist neu hier. Also das kenne ich zumindest nicht. Das muss ich unbedingt mal ins Freie stellen. Ja, ins Freie hört sich so blöd an. Das muss ich unbedingt mal aufstellen, so. Das wäre dann eher so ein bisschen bräunliches, äh... Ach, das ist von den Kanten, okay. Ja, ich muss halt so viel bei dir kaufen. Ich kann doch nichts dafür. Alles, was ich noch nicht habe, muss ich auf jeden Fall einmal gekauft haben. Weil so wie ich das mitbekommen habe, kann man die Sachen nur nachbestellen, wenn man sie tatsächlich schon mal gekauft hat. Oder eben, wenn sie im Sortiment drin sind. Ich meine, das hat Dagobert auch mal gesagt. Ganz am Anfang. Das haben wir in der Farbe auch noch nicht gehabt. Da bin ich mir nicht sicher. Nee, anscheinend nicht. Von Cinderella ist das, okay. Oh, halt, stimmt. Ja, es tut mir leid, aber den habe ich schon. Tut mir leid da, Dagobert. Sei nicht traurig. Lauf doch nicht weg. Nein, jetzt bleibt doch noch stehen. Ich wollte ihm aber eigentlich nicht hinterherlaufen. Ich wollte nur rausgehen. Ach, und schon stalkt die mich schon wieder. So. Ja. Ja. Wir machen es mal so. Wir tun einfach so, als ob sie nicht da ist. Ich werde da mal schauen, dass ich das noch irgendwie hinkriege, dass wir... Also nicht bis zur nächsten Folge. Das werde ich nicht hinkriegen, weil die werde ich jetzt direkt hier nach aufnehmen. Aber, dass ich dann vielleicht das heute... Na nee, heute geht ja gar nicht, weil dann sind die nicht da, ne. Also das eine Viech, das könnte gegen 12 Uhr kommen. Aber das andere, dieses rot-weiße was, glaube ich, das ist ja heute gar nicht da in der Lagune. Deswegen muss ich da echt mal gucken, ja, wie ich das mache. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich das irgendwann nochmal zu Ende kriege, dann machen wir da die Quest natürlich auch weiter. Aber jetzt werden wir erstmal die Quest hier beenden, die ja ursprünglich mit Gaston gewesen ist. Ich freue mich sehr, sehr darüber, dass wir Gaston nicht mehr haben. Ähm, und... Ja, ich habe so das Gefühl, dass er irgendwie abgefärbt hat. Also ich fühle mich selbst schon ein bisschen verblödet jedes Mal, wenn ich da Quests mit ihm gemacht habe. Ähm, das heißt, in der nächsten Folge brauchen wir wieder was Intelligentes und was Nettes und was Süßes. Das heißt, wir werden uns Rapunzel widmen. Ähm, auch wenn ich immer noch nicht ganz drüber hinwegkomme, dass die so ein bisschen komisch aussieht vom Gesicht her. Ähm, und dann danach denke ich mal, werden wir Eve machen. Ich habe übrigens auch einen Tipp bekommen für die Quest von Merlin. Aber wenn das das ist, was ich denke, und das hat mir, glaube ich, auch irgendwo mal einen Hinweis bestätigt, dann möchte ich das, wie gesagt, ja, etwas später noch machen. Ich möchte erst mal Rapunzel machen, dann werde ich mit Eve weitermachen und, ja, alles dann so ein bisschen nach der Reihenfolge. Das kann ich hier leider nicht drauf machen. Schade, schade, schade. Aber, jawolli, jetzt kannst du wirklich mal ins Bild kommen. Jetzt sieht das süß aus, wenn du das machst. Aber wenn du das machst, wenn ich ein Foto mache, wo du gar nicht drauf sein solltest, dann, na, das war nicht so toll. Naja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede mich am Ende immer noch so ein bisschen fest. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.